Willkommen zu Episode 23 von Ask BNM und heute geht es um PPC. Okay Leute, wie geht's euch? Heute Episode 23. Ich bin natürlich wie immer mega pumped. Warum, wieso, weshalb? Ich bin gestern 29 Jahre alt geworden und ich fühle mich noch immer sehr sehr jung, auch wenn ich jetzt langsam auf die 30 zugehe. Langsam mit großen Schritten und die Zeit auch nicht von mir halt macht. Bin ich trotzdem super glücklich. Aktuell, Wahnsinnswetter, Wahnsinnsfirma. Ich hoffe, eine Wahnsinnsfrage. Ich habe das wahrscheinlich schon bei Alex mitbekommen. Wir haben jetzt mal auf eine Frage umgestellt, um einfach ein bisschen mehr in der Tiefe zu beantworten. Ich bin gespannt, wie ich das heute meister. Und es ist natürlich was Besonderes für mich. Jeder, der mich kennt, Episode 23. Wieso ist das was Besonderes, Hector? MG. MG, Michael Jordan. Das wird quasi eine Tribute-Folge für Michael Jordan. Hector, hast du die Frage? Zuerst muss man ja sagen, dass es zwei komplett unterschiedliche Plattformen sind, gerade was die Nutzer angeht. Und ich denke, das sehen die meisten Menschen auch noch nicht oder das sehen auch die meisten Marketer einfach noch nicht. Oder wir haben da viele, viele Diskussionen drüber. Und zwar Google AdWords, buche ich Keywords für Nutzer, die schon eine konkrete Suche haben. Diese Menschen suchen. Zum Beispiel, ich nehme unsere Kunden... ...online kaufen. Kaufen. Diese Menschen sind andere interessiert. Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, das sind keine Millionen Menschen pro Monat, sondern das sind, was weiß ich, 10.000 bis 15.000 vielleicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Facebook Advertising hernehme, sind es Nutzer, die sich ja noch nie damit beschäftigt haben, jetzt online zu kaufen. Die überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, das online zu machen. Und jetzt kann ich, ja, als Marketer ja sagen, okay, Menschen, die gern kochen oder Menschen, die sich für die Facebook-Page einfach tasty interessieren, denen könnten auch Produkte von *** gefallen. Und dementsprechend zeige ich die Produkte von *** diesen Menschen an. Das bedeutet natürlich, die kommen zum ersten Mal mit der Marke in Verbindung und werden das wahrscheinlich niemals, außer, wenn der *** entscheidet sich jetzt zum Beispiel Fernsehwerbung zu machen, was aber extrem überteuert ist. Ja, jeder Mediaplaner, der hier gerade zuschaut, weiß, von was ich spreche. Und dementsprechend ist Facebook Advertising aus unserer Sicht, ja, von Boy and Man so heiß und interessant, weil ich kann eine extreme Reichweite bei Menschen aufbauen, die noch nie was mit meiner Marke zu tun gehabt haben und kann Brand Awareness schaffen. Und diese Menschen, die dann mit meiner Marke, ja, auf Facebook interagieren, über meine Anzeige, über den Content, den ich da bereitstelle, die Leute kann ich soft sellen. Das bedeutet, im Fall von *** zum Beispiel, wir zeigen ein Rezept mit unserem ***, Leute klicken da drauf, ja, wir generieren eine hohe Reichweite. Und alle die Menschen, die auf diese Anzeige geklickt haben und auf unserer Landingpage landen, die retargeten wir später. Zum Beispiel mit einer *** Box. Und so versuchen wir, neue Kunden zu akquirieren. Das ist keine Raketenwissenschaft. Der Punkt ist nur, dass es auf Facebook noch sehr, sehr günstig aktuell, ja, im Gegensatz zu TV-Werbung. Ich nehme auch an, im Gegensatz zu Radiospots aktuell oder zu, noch viel schlimmer, Plakatwerbung. Wie misst man Plakatwerbung? Also, ich meine, tatsächlich, Leute, wie misst man richtig Plakatwerbung und den Effekt? Das ist ja das Geile an Facebook-Advertising. Ich sehe ganz genau, wer hat auf meine Anzeige geklickt und wer nicht. Und dementsprechend ist die Frage letztendlich gar nicht AdWords gegen Facebook-Advertising, weil beide Werbeformen komplett, also beide Werbeplattformen komplett anders sind. Ja, nehmen wir ein anderes Beispiel, bleiben wir bei, bleiben wir bei, äh, bleiben wir bei Food. Nehmen wir zum Beispiel, hatten wir das vorhin bei uns im Office, Fleisch online kaufen. Wie wenige Menschen wissen, dass man Fleisch online kaufen kann? Extrem wenig und noch extremst weniger Menschen haben sich jemals darüber Gedanken gemacht, Fleisch online zu kaufen. Da kommt man ja auch in der Regel nicht einfach so drauf, außer man hat so einen stressigen Lifestyle, dass es irgendwie so ein Ausführer sagt, ja, kann ich das vielleicht auch alles online bestellen? Wenn ich jetzt in den Keyword Planner von Google gucken würde, das habe ich vorhin nicht gemacht, Hector, lass uns hier mal die monatliche, das monatliche Suchvolumen anzeigen für Fleisch online kaufen oder Fleisch online bestellen, wird das Suchvolumen sehr, sehr niedrig sein. Aber es gibt durchaus Menschen, die daran interessiert werden, wenn sie wüssten, dass es geht. Facebook-Advertising. Menschen, die gerne grillen. Leute, die gerne grillen. Die kann ich dort erreichen und sagen, hey, du kannst Fleisch ganz easy online bestellen. Und zwar hochwertiges Fleisch ohne Antibiotika, ohne die Massentierhaltung. Alles in Premium-Qualität. Meiner Meinung nach schlägt das eigentlich wie eine Bombe. Und da wird definitiv, in dem Fall wird definitiv Facebook-Advertising mein mächtigstes Marketing-Tool. Das, was ich bei Google AdWords rumbekomme, ja klar, ist interessant, aber es wird ja auch nicht günstiger. Der Punkt ist, ich kann eine Riesenmasse an Menschen erreichen, die sich für mein Produkt interessieren werden. Und das ist hundertprozentig mehr wert, als den Sale, den ich direkt abschließen kann. Ja, gerade das müssen Markter übrigens auch noch verstehen, oder eigentlich nicht mal die Markter, die haben es meistens schon verstanden, aber die Geschäftsführer und die CEOs, für die es quasi natürlich nichts Geileres als einen sofortigen ROI gibt. Aber das ist halt auch nur die halbe Miete oder das ist auch nur die halbe Wahrheit. Wenn man jetzt Geduld hat und sagt, okay, wir erreichen extrem hohe Reichweite bei Facebook-Advertising und diese Leute retargeten wir dann wieder über Instagram, über Facebook, mächtig, definitiv mächtig. Wenn ich es zu entscheiden hätte, Facebook-Advertising, ohne Frage, aber in Deutschland, ich kenne meine Pappenheimer, ja, weiß ich, dass Google AdWords noch eine zu große Rolle spielt. Aber nicht auf Facebook-Ads zu setzen oder Facebook-Ads abzutun, da mal 2.000, 3.000, von mir aus auf 10.000 Euro zu investieren und zu sagen, ja, das funktioniert nicht. Kann ich euch jetzt hier so sagen, absoluter Unfug. Der einzige Grund, warum es nicht funktioniert, ist, weil ihr es nicht richtig macht. Dementsprechend mehr ausprobieren. Versucht rum mit Lookalike-Audiences, mit Interessen-Audiences, kriegt ihr sicherlich alles hin. Ihr müsst es nur länger und mehr testen und dann werdet auch ihr rausfinden, was für eine extreme Power Facebook-Advertising hat. Gerade noch jetzt, wo man es sehr, sehr günstig, wo man noch sehr, sehr günstig Kampagnen starten kann. Nicht mehr so günstig wie vor 24 Monaten, als wir schon drüber gesprochen haben. Aber es ist immer noch günstig genug. Das wird sich natürlich auch in den nächsten 12, 24, 36 Monaten dann auch wieder ändern. Dementsprechend sage ich, das war es für heute. Episode 24, nächsten Dienstag. Benedikt Schipper, eine Frage, eine Antwort. Christian Niff, Ask BNM Hector. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tabii. Bis zum nächsten Mal.